und herzlich willkommen zu einem weiteren video leute ich habe euch ja gestern im livestream versprochen das brawl stars turnier was ich angesprochen habe ich erstelle jetzt ein test spiel dann werde ich ein team code erstellen dann lasse ich das video jetzt vielleicht eine stunde drin oder so dann könnt ihr schon beitreten in der lobby und dann machen wir das turnier ich werde dann noch mal alle im regeln reinschreiben und ja dann hätten wir das jetzt auch geregelt herr akku redakt schnell leer egal wir gehen jetzt hier auf test spiel leute und hier ist der team code leute ihr könnt dann gerne beitreten würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr beim turnier mitmachen würdet und ja dann würde ich sagen und hier ist der code den könnt ihr dann easy eingeben ich bleibe jetzt durchgängig hier test spiel lobby den könnt ihr dann eingeben lasst leichter leute lasst auf ihre auch ein abo da würde mich auch mega freuen wenn mir könnte wie gesagt 80 wählen gewinnen würde mich freuen wenn ihr mitmacht und regeln schreibe ich rein in den chat und dann würde ich sagen ciao